Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Der ehemalige Interim-Sleichgewichtschampion Justin Gaethje glaubt, er hätte Khabib Nurmagomedov am vergangenen Wochenende bei der Begegnung im UFC 254 Hauptveranstaltungsturnier beinahe gehabt. Der Highlight war die Niederlage in der technischen Submission in der zweiten Runde, als Nurmagomedov ein Triangle-Choke beschloss. Der Referee verpasste Gaethje beim Abklopfen und leider wurde der Spitzenkandidat zum Einschlafen geschickt. Vor der Submission-Niederlage war Gaethje der Meinung, er habe wirklich eine gute Arbeit an den Füßen geleistet, vor allem bei seinen Legkicks und an den Unterschenkeln. Der 31-Jährige sagt, er braucht nur noch ein paar mehr zu landen, damit sein dagistanischer Gegner nicht mehr laufen und damit sein berühmtes Wrestling umsetzen könnte. Es ist verdammt scheiße, ich bin verletzt, sagte Gaethje, nach dem Kampf zu ESPN. Es ist emotional. Letztendlich ist es das Fight-Game. Ich hatte ihn Schwierigkeiten gebracht. Ich war nicht mehr sehr, sehr viele Tritte davon entfernt, dass er nicht mehr laufen konnte. Er wird humpeln. Er wird mindestens drei Wochen humpeln. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann, denn ich habe letztendlich verloren. Aber ich fühle mich lebendig und ich fühle mich großartig. Ich glaube, ich habe großartige Arbeit geleistet, um Schaden anzurichten. Abstand halten und dann kontrollieren. Drohen, letztendlich Schaden anrichten. Ich habe da drinne ordentlich Schaden angerichtet und das habe ich auch so vorhergesagt. Ich weiß, dass er in einer schlimmen Lage war, fügt die Gaethje hinzu. Selbst wenn er es nicht war, hat er getan, was er tun musste. Er hat mich zu Fall gebracht. Er ist sehr, sehr stark und ich weiß, dass sein Vater so stolz auf ihn sein würde. In seiner eigenen Rede nach dem Kampf kündigte Nurmagomedov seinen Rücktritt an. Nachdem Gaethje dies gehört hatte, dass Khabib Nurmagomedov zurücktreten wird, versuchte er, einen Titelkampf zu holen und rief Conor McGregor um den vakanten Titel aus und möchte letztendlich natürlich auch den Titelkampf gegen McGregor haben, aber dieser hat ihn nur verspottet und wird gegen Dustin Poirier kämpfen. Und er hat gesagt, wenn er zurücktritt, bin ich die Nummer 1, das sagte Gaethje. Poirier und McGregor werden am 23. Januar kämpfen. Sie haben es noch nicht offiziell gemacht, aber wenn McGregor also rausspringen und den Gürtel holen will, dann bin ich hier. Wenn sie niemand anderen geben wollen, dann soll es so sein, aber ich werde bereit sein und ich werde bereit sein, wieder zu kämpfen. In 5 Wochen, 5-6 Wochen werde ich wieder kämpfen, denn ich liebe es so sehr. Und Leute, ich muss wirklich sagen, Justin Gaethje hat am Stand eine gute Arbeit geleistet, aber wir werden natürlich nie wirklich erfahren, wie viel Schaden das Khabib gemacht hat. Ich persönlich denke, dass Khabib das jetzt nicht so viel ausgemacht hat, mit den Leckkicks Eddie geschluckt und ist weiter vorangestürmt, als gäbe es kein Morgen, trotz seines gebrochenen Fußes. Und er hat da wirklich, ja, letztendlich hat er Khabib doch schon einmal gut getroffen. Also im Stand hat er letztendlich schon gut Schaden gemacht und natürlich weiß man, im Schaden hätte Gaethje Khabib gegenüber den klaren Vorteil gehabt, aber so krassen Schaden hat Justin Gaethje jetzt nicht gemacht. Also da könnte man auf jeden Fall schon sagen, dass McGregor Khabib öfter getroffen hat. Aber er hatte natürlich auch weniger Rundenzeit als Conor McGregor. Aber das war sein eigener Verdienst. Also ich persönlich glaube auch an die Theorie, dass Justin Gaethje letztendlich, ja, nicht den vollen Khabib abbekommen hat, einfach weil Khabib ihn mag, weil er ihn respektiert. Ich meine, Khabib hätte auch totes das Ground and Pound machen können. Und Justin Gaethjes Gesicht sah schon gut demoliert aus, ohne dass Khabib wirklich sein Ground and Pound durchgezogen hat. Ich glaube, er hat ihn schnell submitted, einfach um Justin Gaethje auch nicht so sehr weh zu tun. Aber ihr könnt mich ja mal eure Meinung zu diesem Thema unbedingt in den Kommentaren wissen lassen und sagt mir, was ihr zu Justin Gaethjes Worten sagt, dass er sagt, er hat Khabib ordentlich verletzt und er wird drei Wochen lang humpeln müssen. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTimeMA.